die wo werden die berühstung vergessen umso besser es ist sowieso kein kurs man ist das level geil ja das gefällt mir ja mal richtig gut ich muss bevor du dir das das fucking mario holst du das spiel und scheiß das hätte so was von verdient gekauft zu werden ich sehe es aber auch selten muss ich muss auch mal und das ist das letzte mal gesehen aber preis ja ja wie die sachen werden sehr spät immer reduzieren müssen auch 3ds sachen das ist noch vier monaten immer noch neu ich glaube das sind schon länger als vier monaten auf fahrt ich bin voll am abhüsen alter ja schön alter kaffee ich stehe auf kaffee ach wir waren ja letzten so bei special editions und den stück wenn ich stehe also ist es sonst nö ich nicht es kommt auf die art des westlichen anweisungen was dabei ist wenn er echt wenn du echt nur 20 euro drauf zahlst du bist noch eine fette figur oder ein buch oder ein steelbook oder ein artbook oder ein ost dazu finde ich das weder wenn sie allerdings 20 euro oder wenn es ein zelda ist oder so dann kann ich es noch nachvollziehen aber keine ahnung sowas wie ein devil may cry oder oder keine ahnung die musik ist nervig die musik ist nervig die musik ist nervig hallo nur weil du damit nichts anfangen kannst das heißt es nicht dass das spiel schlecht ist die musik ist nervig die musik ist nervig das beste sonic 3d viel glück die musik ist nervig die musik ist nervig Okay, wie verbreitzt. Was ist das? Wie verbreitzt. Wie ist das geil? Oh, ein Stern. Mein Gott. Was zum Hacker. Was ist das ekelhaft? Echt, ich kotze gleich. Das sind auch noch lange nicht mehr, diese Dinger da. Ja, Mann. Was ist das? Ja, Mann. Das ist ja oberhart. Ja, Mann. Das ist geil, Mann. Äh, das ist ja oberhart, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm... Ich muss saugen! Saug, du Sau! Wow! Übrigens, falls jetzt einfach durch Zufall auf dieses Video gestoßen sei, was ich vielleicht glauben kann. Glaub ich irgendwie nicht. Glaub ich auch nicht. Aber trotzdem, ähm... Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr euch den Kanal reinschraubt. Wir haben noch weitere Let's Plays. Am besten abonnieren, weil wir machen wirklich ziemlich häufig neue Sachen. Ja. Das ist ein lustiges Argument. Ne, aber ganz ohne Fax jetzt, äh... Ich bin auch auf der Gamescom und... Du hast mich ge... Okay, du hast mich nicht ge... viel geredet und dadurch bin ich gestorben. Ja, hahaha. Hey, lass drauf scheißen. Obwohl, ne, wir machen das. Ich bin sehr... Na, sonst heißt es hier. Oh, das ist nicht gemacht. Ja, erst mal vor... Aber zu jedemuniversal zu essen ist die Scherz. Aber trinken zu spülen, ist egal! Ja, da hat mir nur eine Hand zu spülen gesagt, ja. Selbst Einhängig sind besser als jedes sechsjährige Kind. Und deine Ellern... Ja! Autsch! Äutsch hier! ich muss sagen ich hab's echt schön drauf ich bin echt schon ein bisschen ekelhaft wie das spiel wirklich wirklich gut bin schon getrapt das ist halt dieses spiel was ich gut kann aber finde gerne das echten arsch muss ich sagen überlegt mal der hat echten slash der verfolgt dich und wenn du pech hast hat er hat er das pattern dass er das drei oder vier miteinander macht du hast mich getötet nein du hast mich gar nicht getötet äh mein umgang funktioniert sowas von sauschlecht ich bin gleich so tot alter wie tot die sind gerade gestorben letztes Jahr ich bin schon gerade letztes Jahr hat man stirbt ja auch wenn der bildschirmkontakt wird ja normal das ist der sinn vom autoscore aber finnegan ist echt ein arsch muss ich sagen ups nice du ey die geht noch weiter boah ist der nah ich spielst du ins getümmel hey diese bombenfähigkeit ne man sieht nichts und ist er hässlich das verdammt ich muss sagen ey du hast hammer ne was sagst du ja oh alter und reine berühmische Methoden das ist voll ridley mäßig ne oh war das knapp zieh es mal rein mein Leben hey ich hab ne bombenfähigkeit ich muss ne Prinzessin gut aufhaben natürlich Burgfrau dein Mut wie auch immer hier knutsch knutsch ne aber vielleicht bist du die Person in Ocarina of Time die die Bomben aus dem Fenster schmeißen ich hab aber keinen Dings auf aber siehst du das auch gar nicht doch man sieht das ist ein Typ der kippt so zu seiten seit ey ey kleiner ist nur ganz normal so da übrigens wenn du zu dem gehst als Erwachsener Leben und dann ähm Salja's Lied spielst dann kommst du zu uns leidens ich hasse das voll wenn Leute zu Brokkoli Brokkoli sagen du auch rum oh ist das richtig nein alter es wird mit Doppel es ist ein italienisches Wort es sind zwei Cs nach dem O und ich schätze mal ein Italiener sagt Brokkoli ja bin ich ein Italiener es ist ein italienisches Wort Brokkoli wieso solltest du Brokkoli sagen wenn D hinter dem O ein H ist ok und danach sogar ein Doppel C ist ok Leute und nach dem Doppel ey alter wenn nach dem Vokal ein doppelter Konsonant spacht dann ist immer der Vokal verkürzt ja wenn nach dem du sagst ja auch ROK und nicht ROK oder? ja und ROK wird natürlich mit Doppel O und CK geschrieben ja ROK wird mit CK ja aber nicht mit Doppel O du fuck ja das ist der Sinn der Sache Brokkoli wird auch nicht mit Doppel O geschrieben das gesagt aber mit Doppel C und? ich hab echt lern bei Italienisch nein du du sagst Brokkoli ja ich finde das hört sich voll scheiße an also sagt Brokkoli wie sagt Okulia das ist ja voll gay ohne muss das sagen nein das ist total geil nein deine Mutter meine Mutter ist nicht gay deine Mutter ist nett muss ich sagen das soll ich jetzt zum ersten Mal von dir nein ich hab nie was mit Doppel sie hat halt ein paar Eigenheiten und so auf die ich jetzt nicht mehr eingehen möchte aber jeder Mensch hat eine Nase, zwei Uhren, einen Bauch ich will fucking die die loswerden ja nicht, ich stirb doch ne hallo wir haben nicht so viele geben ja naja klar ach der ah fuck du musst vorgehen dann sterbe ich obwohl er nicht schlecht ist ich meine er hat Hammer immer aber nein ich bin fast so fucking Lama ne geh vor ich sterbe sonst das war bald einfach das Level ist komisch die Musik ist scheiße das ist fucking nervig wer die ist echt scheiße erinnert mich an Somewhere Over The Rain ja das hatten wir aber letztes Mal schon mal ne ey warum geht er hier ich kann ihn nicht spiel ich ne ich auch nicht ok dann müssen wir den Schlüssel irgendwo mit hinwirken oh kühl mich nicht bitte ja dann geh mal hier irgendwo runter oh 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 geht das überhaupt ne geht nicht bitte bitte ja dankeschön dieses Eis ist doch NEIN argh fuck was zur Hölle sind das Waddle die Geister fuck ey warum habt ihr mir wieder meine Energie aufgefüllt ich will so fuck charakterlos werden aha ist los jump 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 fly fly ja ich krieg aber nicht wieder heiße Stimme von ganzen Reben ja ich würde auch sagen wir sind jetzt einfach mal still ja wir hatten einfach mal die Fresse oh heilige Nacht heilige Nacht alles hey jetzt kann ich ein Charakter wechseln nein kannst du nicht du bist du nicht gestorben fuck warum du weißt was passiert ist ich hab vor dem ich hab nach dem Wegner abgebremst und dachte ich würde noch irgendwie da landen wo noch Untergrund unter mir ist und hab's Brachian verguckt für die richtig für die für dich irgendwo nicht nehm die scheiß Kinder brauchen den weißt du kannst auf diesen parkour mit der schlöschung ich auch nicht ich glaube dass die dass die dass die leute die scheiße lander fliegt ja das ist das problem mit einer das verdammt schnell anrufen das ist auch richtig geil schon wieder ein schlüssel das hat das schwert nicht so wirklich zu wissen ja es ist ganz okay aber es gibt etwas besseres ja klar aber dann hat er auch ein bisschen das war richtig ich bin ich bin ich bin ich selber noch weitere mini spiele nach dem nach der stage machen kann es noch nicht nur geschossen wird oder sonst was lustig gewesen ja das kann ich meine kohle konnte hier wie die so tun als wenn sie die besten freunde plötzlich ja ja dann war es halt immer recht nicht mit die 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 auf keinen fall doch muss hier kann ich bin ich irgendwie so wenn sie sterben gibt es nicht irgendwie genau ja du kannst aber die austreten dachte ich eigentlich auch wenn man sich mal gucken in der anleitung macht man muss zumindest ganz lange gedrückt haben was geht bei mir auch ja bestimmt leckte ist zufrieden der zufrieden ja kabi als die menschen als die menschen die menschen konnten kann ich nicht mit ankommen hier sie sehen oha oh mein es ist ein was auch sonst in einem eislauf obwohl ich will mal eben escape spielen ja was auch sonst in einem schnellen ja das ist klar ey du 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 mein gott der heißt goliath das ist eine mischung aus äh aus gorilla und leviathan was was geil hast du gesehen es ist einfach nur goliath ausgesprochen von einem japaner die gebast mal aus ein einmal schaden es hat nicht mehr keine mal musik ist das ist nicht bin es ist ein es ist jetzt auf den kopf zu springen wer soll die schneebelle wieder werfen das ist ein arsch schlitzer boss bisher muss sein beiden davor waren die drei davor waren ich bin ich auch nicht mehr ganz so er macht das ich sterbe ich habe ihn mit meinem flügel schweig alter aber ohne scheiß der buster hat er uns zugesetzt und haben noch einen teil für das ominöse raumschiff vorhanden zeit für ein bier man ist leider gar nicht das heißt dann erst noch die starke schütze wie eine transwanische prostituierte die branche wie sie was schluckt Sperma oder Blut? Äh. Äh, Aspirin. Hm. Das haben wir schon wieder davon gemacht. Naja, das war eher Anti-Werbung, glaube ich. Du hast es geschafft, Kirby. Mein Sternenkreuzer hat jetzt wieder ein Emblem. Wow, das ist echt super wichtig, um es vernünftig zu machen. Nun fehlt nur noch ein einziges Teil. Vergiss nicht, wenn die Lore wieder in Schuss ist, darfst du mit in meine Welt fliegen. Die Buchlandung hat mir wirklich einiges an Erleitung. Älter, du musst mir jetzt denken, dann kannst du besser machen. Das ist alles wert. Immerhin habe ich dadurch dich getroffen. Noch einmal, vielen Dank für deine Hilfe, du bist echt toll. Was? Wie heißt das Raumschiffel-Lore? Ja. Wie kommen wir auf so einen Behindertennamen? Ist doch geil. Wieso das? Wieso nicht? Oh, Letzte Welt, Leute, also? Zieht euch eure... Wie hättest du es genannt? Äh... Die Welt heißt Nussiger Nachmittag. Versuch ich. Apropos Nussiger Nachmittag. Ich will euch ja nicht irgendwie sagen, dass es jetzt schon wieder... Hi. Hi, wie geht's? Nussiger Nachmittag könnte aber auch ein Titel sein für einen Film oder so. Ja, oder für einen Schokoriegel mit Nussfilmen. Es gibt im... Ähm... Fuck, ich weiß nicht. Warum hat noch niemand sowas wie Erdnussbutter, aber aus anderen Nüssen? Ah, also klar, es gibt auch Mandelbutter. Es gibt auch Mandelbutter. Ja, aber nicht... Aber nicht Walnuss oder Haselnuss oder so. Weil die... Es würde wahrscheinlich auch eh gar nicht schmecken, aber... Haselnuss gibt es, du Nase. Echt? Ducati? Hä? Was? Haselnusscreme gibt es doch. Es ist nichts anderes als Butter. Es ist auch nur mit Fettvermeld. Nutella ist auch aus Haselnussen. Naja, es ist aber fucking Nusslugatcreme. Ja, es ist nichts anderes als Butter. Es ist fast genau wie Schokolade. Es ist aber fast genau gleich, Alter. Das will ich wirklich sagen, dass es einen großen Unterstützung gibt. Zwischen Erdnussbutter und Nutella? Nutella ist quasi die Erdnussbutter aus Haselnüssen, meiner Meinung nach. Sie wird halt noch ein bisschen anders versetzt, aber es ist alles als dickes Fett, was man... ... das streicht fest ist. So ist es komisch. Ich glaube, es ist ziemlich lang. Hm. Das ist noch nicht vorbei. Die Vogelfischkeit ist geil. Ich könnte aber irgendwie immer so einen Stürzflug machen. Oh! Hier kann ich glaube ich auch irgendwie... ... aber man ist sicher. Ich könnte aber auch mal so einen... Warum zerstöre ich eigentlich die ganzen Plattform? Damit ich nicht drauf landen kann und sterbe. Ich zerstöre die aber auch mit den Flügeln von daher. Und ich auch. Ja, bitte, das ist eigentlich nichts anderes als ein Kirby mit Flügfähigkeit plus schwer. Ne? Das ist ein ziemlich geil. Ne, 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 ne. 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 Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Grund. Weißt du, Schreiner? Das ist auch so eiswörtlich. Ja.